Ich musste laufen, die Bahn streikt. Naja, genau genommen nicht die Bahn, sondern die Lokführer. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, die Lokführer-Gewerkschaft GDL hat gerade den längsten Streik ihrer Geschichte durchgezogen. Naja, nicht ganz. Sie hat ihn ja zugunsten der Gedenkfeier zum Mauerfall in Berlin einen Tag früher beendet. Jetzt kann man zunächst fragen, warum die Lokführer gestreikt haben. Dabei ging es nämlich weniger um Lohn- oder Arbeitszeiten, was ja die klassischen Forderungen von Gewerkschaften sind. Die GDL streikt momentan vor allem dafür, überhaupt für alle ihre Mitglieder verhandeln zu dürfen. Denn in der GDL, also der Gewerkschaft der Lokführer, sind, anders als es der Name vermuten lässt, nicht nur Lokführer organisiert, sondern zum Beispiel auch Zugbegleiter. Und für diese Mitglieder der Gewerkschaft möchte die GDL eigene Tarifverträge aushandeln. Das Problem ist, dass der größere Teil des Bahnpersonals in der EVG, also in der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, organisiert ist. Diese hat ca. 200.000 Mitglieder, die GDL dagegen nur 34.000. Das Problem entsteht dadurch, dass die Bahn sich weigert, in Bezug auf eine Berufsgruppe mit mehreren Gewerkschaften zu verhandeln. Die Bahn beruft sich auf die Tarifeinheit, also auf die Idee, dass für eine Berufsgruppe nur ein Tarif gelten soll. Da drin steckt auch so ein bisschen die Idee, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Unterstützt wird die Bahn dabei von der EVG, die kein Interesse daran hat, ihr Verhandlungsvorrecht mit der GDL zu teilen. Die GDL dagegen beruft sich auf die Koalitionsfreiheit, die es Arbeitnehmern garantiert, sich frei in Gewerkschaften zu organisieren und verteidigt damit auch das Recht kleinerer Berufsgruppen, sich auch innerhalb eines Betriebs zusammenzuschließen und für ihre Rechte einzutreten. Die Große Koalition will jetzt das Streikrecht durch das sogenannte Tarifeinheitsgesetz reformieren. Das könnte so weit führen, dass die GDL nicht einmal mehr die Tarife für die Lokführer aushandeln darf und das, obwohl der Großteil der Lokführer in ihr organisiert sind. Denn die EVG ist die weitaus größere Gewerkschaft innerhalb des Betriebs und hätte nach dem neuen Gesetz das Vorrecht, die Tarife auszuhandeln. Außerdem würde das Gesetz das in der Verfassung festgeschriebene Streikrecht einschränken, da es die kleineren Gewerkschaften vom Wohlwollen der größeren Gewerkschaften abhängig machen würde. Es fordert nämlich, dass sich die verschiedenen Gewerkschaften vor dem Arbeitskampf darüber einig sind, wer für welche Berufsgruppe verhandelt. Aber die GDL schadet mit ihrem Streik nicht nur der Bahn, sie schadet auch der Wirtschaft und nicht zuletzt auch dem Normalbürger. Und da kann man durchaus fragen, darf das sein, dass eine so kleine Gruppe von 34.000 Menschen ihren Kampf auf dem Rücken der Allgemeinheit austrägt? Und sicherlich geht von dieser Machtposition auch eine Verantwortung aus, Streiks mit Augenmaß einzusetzen. Aber man könnte auch sagen, dass der Fakt, dass der Streik dieser Menschen so weitreichende Auswirkungen hat, zeigt, wie wichtig sie eigentlich sind. Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, dass die GDL eine gewisse Verantwortung hat, mit ihrer Macht für die Rechte kleinerer Gewerkschaften einzutreten. Denn eine Stärkung ihrer Rechte würde auch den kleineren Gewerkschaften helfen, die möglicherweise selber nicht die Macht haben, für ihre Rechte einzutreten. In Deutschland ist ziemlich genau geregelt, wann gestreikt werden darf und wann nicht. So muss zum Beispiel jeder Streik auf ein tarifvertraglich festlegbares Ziel hin ausgerichtet sein. Außerdem darf nicht so weit gestreikt werden, dass es die Existenz des Betriebes gefährdet und Generalstreiks, wie es sie zum Beispiel in Frankreich gibt, sind generell verboten. Man könnte den Deutschen aber auch eine gewisse Streikmüdigkeit vorwerfen. So wurde im Zeitraum zwischen 2000 und 2007 in Frankreich 20 Mal so oft gestreikt wie in Deutschland. In Spanien sogar 35 Mal so oft. Das liegt aber vermutlich nicht nur daran, dass die Deutschen keine Lust haben zu streiken, sondern auch daran, dass heutzutage viele Menschen in Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, die so unsicher sind, dass sie sich nicht trauen, diese zu gefährden, weil sie zum Beispiel nur über Werkverträge angestellt sind oder immer wieder nur befristete Arbeitsverträge erhalten. Klar, so ein Streik kann ganz schön nervig sein, vor allem dann, wenn man deshalb wie ich heute zum Beispiel zu spät zur Arbeit oder wie viele Menschen in den letzten Tagen nicht aus dem Urlaub zurückkommt. Wobei, das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Und insofern ist bei Streiks, die die Allgemeinheit betreffen, auch immer Augenmaß gefordert. Aber auch als Betroffener eines solchen Streiks sollte man ein bisschen Verständnis mitbringen und sich darüber im Klaren sein, dass da Menschen streiken, die ganz offensichtlich für uns arbeiten, sonst würde es uns ja nicht betreffen, wenn sie streiken. Augenmaß ist aber auch im Umgang mit den Streikenden zu warnen. Die persönlichen Angriffe auf den GDL-Vorsitzenden Wieselski gehen in jedem Fall zu weit. Denn selbst wenn die Vorwürfe, er würde nur aus Geltungssuchthandeln wahr wären, was letztlich nur er selber wissen kann, täte das nichts zur Sache. Denn sein Kurs wird von der großen Mehrheit der GDL-Mitglieder mitgetragen. Um eine etwas andere Gewerkschaft, nämlich die der Kinderarbeiter in Bolivien, geht es in meinem Video, das ich euch in der Endcard verlinkt habe. Schaut euch das mal an. Und jetzt, was denkt ihr? Hat die GDL das Augenmaß bei ihrem Streik verloren oder habt ihr Verständnis für ihr Handeln? Und wart ihr persönlich von dem Streik betroffen? Diskutiert in den Comments, aber keine verbalen Entleisungen. Ich bin der Ben, das war so und so gesehen.